Liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, einmal keine Weihnachtskarten zu verschicken, sondern schon zum Advent. Ich habe gedacht, in den vielen Weihnachtskarten, die bei vielen Menschen eingehen, da gehen solche Grüße dann auch schon mal schnell unter. Du kommst dem Ganzen ein wenig zuvor und du schickst deine Grüße in die Adventszeit herein. Ich habe für diesen Gruß ein Wort gefunden, das ich in diesem Jahr gelesen habe in den Exerzitien, die Hermes Ronchi, dem Papst und der römischen Kurie, gehalten hat. Da habe ich viele anregende Gedanken gefunden, aber einen Satz, der ist mir haften geblieben, sodass für mich klar war, der wird das Leitwort für die Adventkarte. Und dieser Satz heißt ganz einfach, das Wichtige im Leben wird nicht gesucht, sondern erwartet. Ich sage es nochmal, das Wichtige im Leben wird nicht gesucht, sondern erwartet. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch wenn es in diesem Jahr nur drei Adventswochen sind, eigentlich sind es ja vier, wir haben eine ganze Zeit im Kirchenjahr als Zeit der Erwartung. Advent, das ist die Zeit der Erwartung und zwar in zweierlei Hinsicht. Der Advent ist die Zeit, in der deutlich wird, Gott wartet auf uns. Gott lässt den Menschen nicht fallen, sondern er hat Erwartungen und zwar große. Er freut sich auf den Menschen. Gott bereitet sich sozusagen darauf vor, einer von uns zu werden. Er ist in Erwartung. Und wir sehen das ja dann an Maria, die diesen Gott zur Welt bringen darf und von den schwangeren Frauen sagen wir immer, sie sind in Erwartung. Und die andere Perspektive des Advents ist eben unsere. Wir sind in Erwartung. Ich bin immer traurig, wenn ich Menschen erlebe, die wenig oder vielleicht gar nichts mehr erwarten, gar nichts mehr vom Leben erwarten, gar nichts mehr von Gott erwarten, gar nichts mehr von sich erwarten, gar nichts mehr von anderen erwarten. Und wenn man keine Erwartungen mehr hat, dann wird das Leben klein und engteilig, dann ist da nicht mehr viel Musik drin, dann ist nicht mehr viel los. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir Erwartungen haben. Im besten Fall kommen im Advent beide Perspektiven zusammen. Die großen Erwartungen Gottes an uns und unsere Erwartungen an ihn und an andere. Vielleicht kann es uns gelingen, in den Tagen des Advents in diesem Jahr diese Erwartungshaltungen ein wenig zueinander, ein wenig in Beziehung zu bringen, vielleicht sogar im besten Fall zur Deckung. Also gehen Sie in die Tage des Advents herein, gehen Sie durch diese Tage durch. Das Wichtige im Leben wird nicht gesucht, sondern erwartet. Und dazu feiern wir in diesem Jahr wieder Advent. Vielen Dank!